Hallo, heute lese ich etwas von Theodor Fontane und zwar aus dem Buch Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Und hier geht es heute um Potsdam und Umgebung, genauer gesagt um die Havelschwene. Da geht's an ein Picken, an ein Schlürfen, an ein Hacken. Sie stürzen einander über die Nacken, schieben sich, drängen sich, reißen sich, jagen sich, ängsten sich, beißen sich. Und all das um ein Stückchen Brot. Lillys Park Die Havel, um es noch einmal zu sagen, ist ein aparter Fluss. Man könnte ihn seiner Form nach den Norddeutschen oder den Flachlandsnecker nennen. Er beschreibt einen Halbkreis, kommt von Norden und geht schließlich wieder gen Norden. Und wer sich aus Kindertagen jener primitiven Schaukeln entsinnt, die als Strick zwischen zwei Apfelbäumen bestanden, der hat die geschwungene Linie vor sich, in der sich die Havel auf unseren Karten präsentiert. Das Blau ihres Wassers und ihre zahllosen Buchten, sie ist tatsächlich eine Aneinanderreihung von Seen, machen sie in ihrer Art zu einem Unikum. Das Stückchen Erde, das sie umspannt, eben unser Haveland, ist, wie ich in den voraufgehenden Kapiteln gezeigt habe, die Städte ältester Kultur in diesen Landen. Hier entstanden hart am Ufer des Flusses hin die alten Biestürmer Brandenburg und Havelberg. Und wie die älteste Kultur hier geboren wurde, so auch die neueste. Von Potsdam aus wurde Preußen aufgebaut, von Saint-Souci aus durchleuchtet. Die Havel darf sich einreihen in die Zahl deutscher Kulturströme. Aber nicht von ihren Großtaten, gedenke ich heute zu erzählen, nur von einer ihrer Zierden, von den Schwänen. Die Schwäne sind auf dem ganzen Mittellauf der Havel zu Hause. Die zahlreichen großen Wasserbecken, die sich hier finden, der Teglersee, der Wannsee, der Schwilo, die Schlänitz, die Wublitz, sind ihre Lieblingsplätze. Ihre Gesamtzahl beträgt 2000. In früheren Jahren war es nicht möglich, diese hohe Zahl zu erreichen. Während der Franzosenzeit waren sie, als ein bequemes Jagdobjekt, zu Hunderten getötet worden. Später wurden die großstädtischen Eiersammler ihrer Vermehrung gefährlich. Erst die Festsetzung strenger Strafen machte diesem Übelstande ein Ende. Seitdem ist ihre Zahl in einem steten Wachsen begriffen. Wie mächtige weiße Blumen blühen sie über die blaue Fläche hin. Ein Bild stolzer Freiheit. Ein Bild der Freiheit. Und doch stehen sie unter Kontrolle. In Sommertagen zu der Menschen, in Wintertagen zu ihrem eigenen Besten. Im Sommer werden sie eingefangen, um gerupft. Im Winter, um gefüttert zu werden. So bringt der Hofstaat oder vielleicht der Fiskus, dem sie zugehören, seine sommerliche Untat durch winterliche Guttat wieder in Balance. Auf die Prozedur des Einfangens kommen wir weiterhin zurück. Die 2000 Schwäne zerfallen in Schwäne der Ober- und Unterhavel. Das Gebiet der einen reicht von Tegel bis Potsdam, das der anderen von Potsdam bis Brandenburg. Die Glienicker Brücke zieht die Grenze. Die Schwäne der oberen Havel stehen unter der Herrschaft der Spandauer und die Schwäne der unteren Havel unter der der Potsdamer Fischer. Man könnte dies die Einteilung der Provinz Havelschwan in zwei Regierungsbezirke nennen. Diese großen Bezirke aber zerfallen wieder in ebenso viele Kreise, als es Hafeldörfer gibt. Besonders auf der Strecke von Potsdam bis Brandenburg. Auf der Unterhavel allein befinden sich gewiss 20 solcher Arrondes Simons. Alle mit gewissen Rechten und Pflichten ausgerüstet, aber alle den beiden Hauptstädten dienstbar. Alle in Abhängigkeit von Potsdam und Spandau. Wir wenden uns nun dem Sommerfang der Schwäne zu. Er erfolgt zweimal und hat den doppelten Zweck, den Jungschwan zu lähmen und den Altschwan zu rupfen. Über die Lähmung ist nicht viel zu sagen. Ein Flügelglied wird weggeschnitten, damit ist es getan. Desto komplizierter ist der Prozess des Rupfens. Er geschieht an zwei verschiedenen Stellen. Die Schwäne der Oberhavel werden auf dem Pichelswerder. Die Schwäne der Unterhavel auf dem Depothof bei Potsdam gerupft. Das Verfahren ist an beiden Orten dasselbe. Wir geben es, wie wir es auf dem Depothof sahen. Der Schwanenmeister, Gesamtbeherrscher des ganzen Volkes Xignus zwischen Tegel und Brandenburg, gibt die Order. Am 20. Mai, der Tag wechselt, wird gerupft. Nun beginnt das Einfangen. Die Fischer der verschiedenen Hafeldörfer machen sich auf, treiben die auf ihrem Revier schwimmenden Schwäne in eine Bucht oder Ecke zusammen, fahren dann mit einem 10 Fuß langen Hakenstock in die Schwanenmassen hinein, legen den Haken, der wie bei dem Schäferstock eine halboffene Öse bildet, geschickt um den Hals des Schwanes, ziehen ihn heran und in ihr Fahrzeug hinein. Dies geschieht mit großer Schnelligkeit, sodass binnen ganz kurzer Zeit das Boot mit dicht nebeneinander hockenden Schwänen besetzt ist, und zwar derart, dass die langen Hälse der Schwäne über die Bootkante fort nach außen blicken. Ein sehr eigentümlicher, grotesker Anblick. In dieser Ausrüstung treffen nun die Boote aus wenigstens 20 Dörfern auf dem Depothof ein und liefern ihre Schwanenfracht in die dort befindlichen Hürden ab, von wo sie nach und nach zur Rupfbank geschleppt werden. Die Rupfbank ist ein langer Tisch, der in einem mächtigen Schuppen steht. An der einen Seite des Tisches entlang, mit scharfem Auge und flinker Hand, sitzen die Rupfweiber, meist Kiezfischerfrauen. Ein Schwanenknecht trägt nun Stück auf Stück die Schwäne herein, reicht sie über den Tisch. Die Frauen packen zu und klemmen den Hals zwischen die Beine ein, während der Knecht den auf dem Tische liegenden Schwan festhält. Nun beginnt das Rupfen mit ebenso viel Vorsicht wie Virtuosität. Erst die Federn, dann die Daunen, kein Fleck von Fleisch darf sichtbar werden. Nach Beendigung der Prozedur aber nimmt der Schwanenknecht den Schwan wieder in seinen Arm, trägt ihn zurück und wirft ihn mit Macht in die Havel. Der Schwan taucht nieder und segelt nun mit aller Gewalt quer über den Fluss, um seinen Quälern zu entfliehen. Bald aber friert ihn. Und zunächst sonnige Ufer und Inselstellen aufsuchend, eilt er erst den zweiten oder dritten Tag wieder seinen Heimatplätzen im Schwilo oder Schlenetz zu. Einen ganz anderen Zweck, wie schon angedeutet, verfolgt das Einfangen im Winter, wenn die Havel zugeht. Die schönen Tiere würden im Eise umkommen. Sie werden also abermals zusammengetrieben und eingesammelt, um an solche Havelstellen gebracht zu werden, die nie zufrieren oder doch fast nie zufrieren. Der Prozess des Einfangens ist derselbe wie im Sommer, aber nicht der Transport an die eisfreien Stellen, welche Letzteren sich glücklicherweise bei Potsdam selbst fast mitten in der Stadt befinden. Die Überführung in Booten ist jetzt unmöglich, da schon ganze Partien des Flusses durch Eis geschlossen sind. So treffen sie denn in aller Hand Gefährt, in Bauer und Möbelwagen, selbst in Eisenbahnwaggons in ihrem Potsdamer Winterhafen ein. Sie haben nun wieder sicheres Wasser unter den Füßen. Die Gefahr des Einfrierens ist beseitigt, aber die Gefahr des Verhungerns, 2000 Schwäne auf allerkleinstem Terrain, würde jetzt umso drohender an sie herantreten, wenn nicht durch Fütterung für sie gesorgt würde. Diese erfolgt in den Wintermonaten täglich zweimal, morgens um 8 Uhr und nachmittags um 3 Uhr, immer an derselben Stelle und zwar in der Nähe des Stadtschlosses. Unmittelbar hinter der Eisenbahnbrücke am Ende des Lustgartens ist eine Stelle, welche wegen des starken Stromes nur selten zufriert. Diese ist Rendezvous. Wir geben die 3 Uhr Fütterung. Schon um Mittag ziehen sich die Schwäne von allen noch offenen Stellen der Havel und aus den Kanälen der Stadt in der Nähe der Eisenbahnbrücke zusammen. Unruhig ziehen sie nicht einzeln, sondern zu Hunderten, neben und hintereinander, am Ufer hin und her. Die Alten und Erfahrenen aber unter dem letzten Bogen der Eisenbahnbrücke hindurch, auf eine Stelle zu, von wo sie mit hoch aufgerecktem Halse über die Uferbrüstung hinweg den langen Wallweg hinuntersehen können, auf dem der Schwanenmeister mit seinem Kornkarren heranfahren muss. Sie kennen ihn auch schon in weitester Entfernung und kaum taucht seine Mütze zwischen den Bäumen auf, so fährt eine ganz besondere Unruhe in das zahlreiche Rudel. In höchster Anstrengung rudern sie sofort unter der Eisenbahnbrücke durch, nach dem Futterplatze und wenn sie ihn dort noch nicht angekommen sehen, wieder zurück, zu der Stelle, wo sie eine Annäherung beobachten können. Diese unruhige Wanderung wiederholt sich so lange, bis der Schwanenmeister mit Karre und Gerstensack an der Brücke angekommen ist. Nun entsteht ein wahrer Tumult unter den Tieren. Alles stürzt übereinander und nebeneinander hin und reckt die Hälse, um nur ja keine Bewegung ihres Hüters zu übersehen und den ersten Schaufelwurf nicht zu versäumen. Noch ist es indessen nicht so weit. Der Schwanenmeister geht erst auf die Brücke, um in langgezogenen Tönen sein »Hans, Hans« zu rufen, auf welchen Ruf die etwa noch Verspäteten von allen Seiten herbeischwimmen. Solange dies Rufen dauert, halten sich die Schwäne in der Nähe der Brücke. Hört es aber auf und wendet der Rufende sich zu dem eigentlichen Fütterungsplatze, so rauscht das ganze Schwanenheer in einer großen, blendend-weißen Masse, drängend wie ein Keil und gewaltsam wie die Räder eines Dampfschiffes im Wasser neben dem am Ufer gehenden Schwanenmeister her. Während der Sack aufgebunden wird, schroten sich einige der gierigsten über die Eisschollen und Ränder am Ufer auf das feste Land, watscheln unbehilflich zum Karren, um womöglich die Ersten zu sein, die etwas erhalten. Ihre Berechnung wird aber jedes Mal getäuscht, denn wenn recht viele aus dem Wasser heraus und andere im Begriff sind, ihnen zu folgen, wird der Gerstenkarren rasch auf die entfernteste Stelle des Futterplatzes geschoben. Kaum sehen die ans Land gekommenen Schwäne, dass ihnen ihre Eile nichts hilft, so stürzen sie sich so rasch wie möglich in das Wasser zurück. Aber es hält schwer, in der dicht gedrängten Masse der schwimmenden Schwäne ein Fleckchen zu finden, wo sie noch Platz hätten. Mit einer unglaublichen Gewaltsamkeit drängen die Hintersten gegen das Ufer. Nun erfolgt der erste Wurf weit ins Wasser hinein und wo die Gerste das Wasser berühren kann, verschwinden im Nu alle Hälse und man sieht plötzlich hunderte von Zuckerhüten auf dem Wasser schwimmen. Unmittelbar am Ufer aber gelangt die Gerste gar nicht ins Wasser, sondern bleibt auf den dicht aneinander gedrängten Rücken der Schwäne liegen. Um sie aufzulesen, verschlingen die langen Hälse sich hin und wieder zu Knoten, sodass es oft den Anschein hat, als könnten sie kaum wieder auseinander kommen. Soweit jeder Wurf reicht, tritt für einige Augenblicke eine gewisse Ruhe ein. Desto unruhiger und drängender geht es ringsumher zu. Mit Bissen und Flügelschlägen suchen sich die entferntesten Bahn in den dichten Haufen zu brechen. Aber vergebens, denn es kann keines der Tiere Platz machen, wenn es auch wollte. Aber es will auch nicht, sondern beißt und schlägt abwehrend auf seinen Angreifer los. Wieder kommt ein Wurf und wieder beruhigt sich eine Gruppe. Ein dritter, ein vierter. Der letzte ist aber noch nicht geschehen und schon kommen die, welche zuerst gefressen, wieder herbeigerauscht und drängen die Fressenden zu einem dichten Knäuel zusammen. Wildtreibende Eisschollen, vom Föhn durcheinander gewälzte Schneemassen, können kein seltsameres Bild geben, als diese blendend weißen belebten Körper auf dem dunklen Wasser der Havel. Rings von Eis und Schnee umgeben, so dass man kaum unterscheiden kann, wo das Eis des Ufers aufhört und der Schwanenkneuel anfängt. Täglich werden auf diese Weise drei Schäffel Gerste verfüttert. Hm, vergleicht man indessen das Volumen all dieser herandrängenden Schwäne mit den anderthalb Schäffeln, die ihnen morgens und ebenso viel nachmittags zugeworfen werden, so begreift man, dass die Tiere beim Weggehen ihres Pflegers noch ziemlich ebenso lange Hälse machen wie bei seinem Kommen. Eine Zeit lang verweilen sie noch, erst wenn die Gewissheit kommt, dass alles Warten nicht mehr fruchtet, schwimmen sie langsam fort. Zurück bleiben nur noch die Kranken, die jetzt einen Versuch machen, eine kümmerliche Nachlese zu halten und die letzten Körnchen zu entdecken. Zu der Havel-Schönheit tragen die Schwäne ein sehr erhebliches bei. Sie geben dem Strom auf seiner breiten Fläche eine königliche Pracht und eine schönere Einfassung aller dieser Schlösser und Residenzen ist kaum denkbar. In neuerer Zeit hat man diesen Zauber dadurch noch gesteigert, dass man durch Unterlassung der Flügellähmung den Wildschwan wiederhergestellt hat. Man wurde dazu durch verschiedenste Rücksichten bestimmt. Das nächstbestimmende war die größere Schönheit des wilden Schwans. Er ziert die Fläche mehr, die er durchschwimmt und sein Flug durch die Luft, den er wenigstens gelegentlich macht, gewährt einen imposanten Anblick. Was aber mehr als diese Schönheitsrücksicht den Ausschlag gab, war der Wunsch, einen neuen jagdbaren Vogel, also einen neuen Sport zu schaffen. Es werden jetzt von Zeit zu Zeit Wildschwanenjagden abgehalten. Anfangs, wo man diese Jagden in unmittelbarer Nähe Potsdams abhielt, scheiterten sie. Die Tiere, zu den zahmen Schwänen sich haltend, waren zahm und vertraulich wie diese und entzogen sich kaum der Büchse des Schützen. Wenn auch einzelne von ihnen schon dem Blei des Letzteren erlegen waren, das war keine Jagd, das war bloßes Totschießen. Und man stand auf dem Punkt, die Sache wieder aufzugeben. Da entdeckte man indessen plötzlich, dass der Wildschwan bei Potsdam und der Wildschwan flussabwärts auf den weiten, einsamen Flächen des Schwilo, der Schlänitz und der Wublitz ein anderer Ding sei und eine erste Jagd auf den großen Seen wurde abgehalten. Sie schlug ein. Hier war der Schwan noch scheu und speziell auf der stillen, abgelegenen Wublitz, auf der bloß die gelben Mummeln und die weißen Schwäne zu Hause sind, bot er ein treffliches Jagdrevier. So oft das Boot durch Schilf und Rohr heranschlich, horchte der Wildschwan auf. Hier hatte er noch den Instinkt der Gefahr und wenn der erste Schuss fiel, erhoben sich 50 der majestätischen Vögel und rauschten mit schwerem Flügelschlage durch die Luft. Die Schönheit und Poesie dieses Tieres aber, vor allem die mächtige Schussfläche, die es bietet, werden sehr wahrscheinlich immer ein Hindernis bleiben, die Schwanenjagd in jeder Jägeraugen zu etwas besonders Wünschenswertem zu machen. Es unterbricht nur mal den gewöhnlichen Lauf der Dinge. Ein Zwischengericht, das Willkommen ist. Die Schwäne der Havel bilden auch einen Versandartikel. Viele von näher gelegenen Punkten zu schweigen gehen bis Petersburg und nach den großen Städten der Union. Mannigfach sind die Versuche, ihn auch an anderen Stellen einzubögern. Es mag indessen lange dauern, ehe der Havelschwanen übertroffen wird. Der Lymphjord auf jenen weiten Wasserbassins, wo tausende von Möwen wie weiße Nymphäen schwimmen, bietet ein ähnliches Bild, aber eben doch nur ein ähnliches. Die Möwe ist kein Schwan. Noch ist die Havel mit ihren 2000 Schwänen unerreicht. Die Pfaueninsel Die Pfaueninsel bis 1685 Pfaueninsel Wie ein Märchen steigt ein Bild aus meinen Kindertagen vor mir auf. Ein Schloss, Palmen und Kängurus, Papageien kreischen, Pfauen sitzen auf hoher Stange und schlagen ein Rad, Volieren, Springbrunnen, überschattete Wiesen, Schlängelpfade, die überall hinführen und nirgends. Ein rätselvolles Eiland, eine Oase, ein Blumenteppich inmitten der Mark. Aber so war es nicht immer hier. All das zählt erst nach Jahrzehnten und noch zu Ende der 90er Jahre war diese Havelinsel eine bloße romantische Wildnis, die sich aus Eichen, Unterholz und allerhand Schlinggewächs zusammensetzte. An manchen Stellen urwaldartig, undurchdringlich. Um das ganze 2000 Schritt lange und über 500 Schritt breite Eiland zog sich ein Gürtel von Uferschilf. Darin wildes Geflügel zu tausenden nistete. Dann und wann, wenn im Grunewald die Jagd tobte, schwamm ein geängsteter Hirsch über die Schmalung an der Südwestspitze und suchte Schutz bei der Einsamkeit der Insel. So war es unter den Joachims auch noch unter dem großen Kurfürsten. Wer nicht ein Jäger war oder das Schilf am Uferschnitt, der wusste kaum von einer solchen Insel im Havelstrom, die durch alle Jahrhunderte hin namenlos geblieben war. Erst 1683, also während der letzten Jahre des großen Kurfürsten trat die namenlose Insel, die inzwischen ein Kaninchengehege empfangen hatte, als Kaninchenwerder in die Geschichte ein. Freilich ohne dadurch irgendetwas anderes als einen Namen gewonnen zu haben. Das Eiland blieb vielmehr bis zu der eingangs erwähnten Zeit eine absolute Wildnis, an deren Bestand auch ein der Kaninchenherrschaft unmittelbar folgendes Prospero-Zwischenspiel nicht das Geringste zu ändern vermochte. Im Gegenteil, zu dem Wilden gesellte sich noch das Gruselige, ohne dass von einem Kaliban berichtet wird. Der Prospero war Johann Kunkel, der Alchemist. Er erhielt die Insel 1685 aus der Hand des Kurfürsten. Bei diesem Zeitabschnitt verweilen wir zunächst. Die Pfaueninsel von 1685 bis 1692 Johann Kunkel »He, Holla, Halt«, schreit's hinter ihm, »wir kennen euch nicht von der Stelle. Hoch, euer Galgenmännlein, hoch der kleine, rauchige Geselle! Und wieder hoch und dreimal hoch! Alräunchen, Hütchen meinetwegen, mags ferner goldene Eier euch und andern tote Bälle gelegen«, »Annette von Drüste-Hülshoff«. Johann Kunkel, zu Hütten bei Rendsburg und zwar wahrscheinlich 1638 geboren, hatte sich von Jugend auf der Alchemie befleißigt, den Stein der Weisen gesucht, den Phosphor entdeckt und war 1677 in kursächsische Dienste getreten, wo ihm das für damalige Zeit außerordentlich hohe Gehalt von tausend Talern nebst Vergütung für alle Materialien, Instrumente, Gläser und Kohlen zugesagt worden war. Er erhielt aber schließlich diese Summe nicht ausgezahlt und auf seine desfallsige Beschwerde einfach den Bescheid, »Kann Kunkel Gold machen, so bedarf er kein Geld.« »Kann er solches aber nicht?« »Warum sollte man ihm dann Geld geben?« Die Verlegenheiten, die ihm daraus erwuchsen, veranlassten ihn, einen Ruf an den brandenburgischen Hof anzunehmen, freilich unter weitaus bescheideneren Bedingungen, die aber das Gute hatten, dass sie gehalten wurden. Der große Kurfürst sagte ihm in seiner ersten Unterredung, in der diese Dinge zur Sprache kamen, »Ich kann euch tausend Thaler nicht geben, denn ich gebe meinen geheimen Räten nicht mehr, um keine Jalousie zu machen, so will ich euch geben, was ich meinen geheimen Kammerdienern gebe.« So erhielt Kunkel ein Jahresgehalt von 500 Thaler. Er nahm erst die Drewitzer Glashütte in Pacht, wurde dann Kompagnon der Glashütte auf dem Hakendamm bei Potsdam, erfand hier das Rubinglas, das zu schönen Pokalen verarbeitet wurde und erhielt endlich, da es ihm um ein möglichst abgelegenes, schwer zugängliches Plätzchen für seine Arbeiten zu tun war, in dem schon genannten Jahre 1685 den ganzen Kaninchenwerder, also die Vaueninsel, zum Geschenk. Die Schenkungsurkunde besagte, dass ihm unter Befreiung von allen Abgaben die ganze Insel erb- und eigentümlich übereignet, das Recht des freien Brauens, Backens und Brandweinbrennens zuerkannt und der Bau einer Windmühle gestattet werden solle. Damit seine Leute nicht gezwungen seien, des Backens und Brauens, des Mahlens und Schrotens halber die Insel zu verlassen. Gleichzeitig wurde er in seiner Rubinglasfabrikation durch ein Privilegium geschützt, wogegen er es übernahm, alljährlich für 50 Taler Kristallgläser an die kurfürstliche Kellerei abzuliefern und seine Glaskorallen nur an die Guineasche Kompanie zu verkaufen. Die Errichtung der Glashütte erfolgte bald darauf an der nordöstlichen Seite der Insel dicht am Ufer. Er erbaute besondere Öfen, um die beste Art der Kondensierung zu zu ermitteln. Kein Fremder durfte die Insel betreten, nur der Kurfürst besuchte ihn wiederholt, um die Anlage des Ganzen sowie den Kunstbetrieb kennenzulernen. Dabei wurde über die Glasfabrikation hinaus sehr viel experimentiert. Worauf diese Bemühungen gerichtet waren, ist nicht mit Sicherheit festzustellen, dass es sich um Goldmachekunst und um Entdeckung des Steins der Weisen gehandelt habe, ist aber sehr unwahrscheinlich. Nachweisbar verhielt sich Kunkel gegen solche Versuche, wenigstens wenn sie von anderen ausgingen, sehr ablehnend. So entzog ihm dann auch der große Kurfürst nie seine Gnade, wiewohl die Erfolglosigkeit auch die wissenschaftliche aller der damals unternommenen Experimente so ziemlich fest steht. Friedrich Wilhelm rechnete, wie Kunkel ihn selbst sagen lässt, die daran gewendeten Summen zu solchen, die er verspielt oder im Feuerwerk verpufft habe. Da er jetzt weniger spiele, so dürfe er das dadurch Gesparte an Forschungen in der Wissenschaft setzen. Mit dem Hinscheiden des Kurfürsten schied aber auch Kunkels Ansehen. Wenigstens innerhalb der Mark Brandenburg. Man machte ihm den Prozess auf Veruntreuung und Unterschleif. Und wenn auch nichts bewiesen werden konnte, weil eben nichts zu beweisen war, so mochte er dennoch von Glück sagen, durch eine Aufforderung König Karls XI. von Schweden, seiner alten Umgebung entrissen zu werden. Dies war 1692. Er ging nach Stockholm, wurde dort schwedischer Bergrat und unter dem Namen Kunkel von Löwenstern in den Adelstand erhoben. Er starb wahrscheinlich 1703. Sein Laboratorium auf dem Kaninchenwerder hatte nur allerkürzesten Bestand gehabt. Noch vor seiner Übersiedlung nach Schweden brannten die Baulichkeiten nieder. Am östlichen Ufer der Insel finden sich bis heute einzelne verstreute Schlackenreste, die ungefähr die Stelle angeben, wo die alchemistische Hütte stand. Mehr als ein Jahrhundert verging, bevor die Zauberinsel wirklich zu einer Zauberinsel wurde. Fußnoten Der Prozess lief im Wesentlichen auf bloße Schikanen hinaus und kann einem keine besonders hohe Meinung von der Rechtspflege jener Epoche beibringen. Der Beklagte sollte eingeschüchtert und abgeschreckt werden. Als ihm unter Schleife nicht nachgewiesen werden konnten, richtete man schließlich die Frage an ihn, was denn bei all dem Laborieren und Experimentieren in einer Reihe von Jahren herausgekommen sei. Das ist nun in der Tat eine Frage, die schließlich jeden Menschen in Verlegenheit setzen kann. Und Kunkel gab Antwort, die er unter so bewandten Umständen geben konnte. Er sagte, der hochselige Herr Kurfürst war ein Liebhaber von seltenen und kuriosen Dingen und freute sich, wenn etwas zustande gebracht wurde, was schön und zierlich war. Was dies genützt hat, diese Frage kann ich nicht beantworten. Und zum Abschluss lese ich noch ein kurzes Gedicht, in dem Theodor Fontane folgendes meint. Immer rascher fliegt der Funke. Jede Dschunke und Spelunke wird auf Wissenschaft bereist. Jede Sonne wird gewogen und in Rechnung wird gezogen, was noch Sonnen jenseits kreist. Immer höhere Wissensstempel und immer richtiger die Exempel. Wie Natur es draußen treibt, immer klüger und gescheiter und wir kommen doch nicht weiter und das Lebens Rätsel bleibt. Die Farbe der Blinden Teil 1 Sei kein Herald Tut mir leid, Sie beschreiben mir hier Schizophrenie. Nein, das ist keine Schizophrenie. Nur eine Stimme in meinem Kopf. Ich meine, die Stimme sagt mir nicht, was ich tun soll, sondern was ich schon getan habe. Sehr präzise und mit einem erleseneren Wortschatz. Mr. Quick, eine Stimme spricht zu ihn. Nein, nicht zu mir, über mich. Ich bin irgendwie Teil einer Geschichte, als wäre ich eine Figur in meinem eigenen Leben. Harold Crick aus dem Film Schräger als Fiktion. Kapitel 1 Wasser Wasser für den Tee aufsetzen. Wieder ein neuer Tag. Wieder ein Tag, an dem ich mich meinen Schülern stellen muss. Tasse aus dem Schrank holen. Könnte ich mir für heute freinehmen? Wie viele Fehltage habe ich eigentlich noch? Kalender rausholen und darin herumblättern? Mist. Reiß gerade noch für einen Urlaub. Und was, wenn ich mich erkälte? In den Nachrichten meinten sie, dass dieser Winter recht kalt wird. Die Tage sollte ich mir lieber aufheben. Von meinem Problem wegzulaufen ist auch keine langfristige Lösung. André kam durch die Tür und legte sich direkt auf das Sofa. Mein hart arbeitender Künstler. Zweite Tasse rausholen, Teebeutel hineingeben und Tees aufgießen. Mal sehen, was in der Zeitung steht. Blättern in der Zeitung. Wie jeden Morgen. Nur Müll. Oh, schon Viertel nach sieben. Zeit mich zu schminken. Make-up aus der Tube drücken, auf Handrücken auftragen und mit Pinsel im Gesicht verteilen. Na super, jetzt ist da auch noch ein Pickel. Wie soll ich den denn verdecken? Ah, Concealer. Concealer aus der Schublade nehmen und auftragen. Wieso heißt es eigentlich Concealer? To conceal heißt verdecken. Seit wann ist es mir so wichtig geworden, Teile meines Gesichts zu verdecken? Was genau will ich eigentlich verdecken? Dass ich ein Mensch bin, dessen Talgdrüsen manchmal ein wenig zu verstopft sind? Oder dass ich gerne mal fettige Pommes esse? Wann war eigentlich das letzte Mal, dass ich ein Pickel hatte? Schon ziemlich lange her. Ich gehe auch langsam auf die 40 zu. Ich dachte, Akne wäre was für die Jugend. Puder auftragen. absolut egal zu sein. Banu, weißt du, wo meine Ölfarben sind? Ich habe heute morgen bemerkt, dass sie wieder fast leer sind. In der linken Schublade im Sideboard. Gefunden, danke. Wirklich jeder mit seinem Smartphone. Warum sind alle so fasziniert von diesen Dingern? Wimperntuschen. Egal, neuer Tag, neue Chance. Rouge auftragen. Bin ich nicht witzig genug? Ich finde mich total witzig. Ich bin doch auch kein Anfänger in meinem Job. Im Studio mag ich etwas schüchterner gewesen sein, aber das hier sind Jugendliche. Mit denen sollte ich doch umgehen können. Es mag an den Schülern liegen. Oder es liegt an mir. Auf die Armbanduhr sehen. Halb acht. Perfekt geplant, wie jeden Tag. Es liegt definitiv an mir. Banu holte einige Dinge aus dem Kühlschrank, die sie und André gerne zum Frühstück aßen und warf Aufbackbrötchen in den Ofen. Sie hatten in der Woche nie genug Zeit, um zum Bäcker zu fahren, weswegen sie darauf achtete, am Wochenende genug Tiefkühlbrot für die Woche einzukaufen. Es war 7 Uhr 35. André setzte sich zu ihr und schnitt eines der Brötchen auf, um es mit Butter und Marmelade zu beschmieren. Wofür André war Banus Komplize in der Bewerkstelligung ihres Lebens. Er war die Schulter, an der sie sich ausweinte, die Hand, die in Not gereicht wurde und der Wind in ihren Flügeln. Sie waren eigentlich zwei absolut unterschiedliche Menschen und hatten vollkommen gegensätzliche Interessen. Meistens hatten sie Probleme, einen Urlaub zu planen, den Beidem mochten, an dem sie gemeinsam Spaß haben konnten. Während Banu weniger risikobereit war, setzte André fast immer auf das Risiko. Während Banu alle Dinge vorher plante, handelte André vollkommen spontan. Vielleicht lag es daran, dass er französischer und banu persischer Abstammung war. Vielleicht lag es aber auch nur daran, dass Menschen eben nicht immer gleich waren. Banu war zufrieden mit ihrem Leben. Sie hatte einen Job in einer Schule direkt nach dem Studium gefunden und lehrte Jugendlichen die Bedeutung der Literatur. Zu ihrem Glück fehlte aber noch etwas. Sie wusste nicht genau, was es war, das sie vermisste, aber wenn sie ihrem Gefühl trauen konnte, dann war es essentiell für ihr Leben. 7.45 Uhr Ihren täglichen Weg zur Arbeit konnte sie immer zu Fuß machen. Die Schule war nicht weit von ihrer Wohnung entfernt und es kostete sie nur zehn Minuten durch den Park zum Gymnasium zu gelangen. Es war ganz praktisch eine Wohnung gefunden zu haben, die sich so nah am Arbeitsplatz befand. Das war einer der Gründe, warum sich Banu für die Wohnung entschieden hatte. Eine Treppe führte in den zweiten Stock und die offene Wohnküche gab Überblick auf das Wohnzimmer. Den Fernseher hatte man von dort aus also immer im Blick. Wenn Banu ihre Wohnung betrat, fühlte sie sich meist immer geborgen. All ihre liebsten Orte waren auf einen Blick erkennbar. Ihre Leseecke, das Bücherregal, die Küche und das Sofa. Sobald sie zu Hause ankam, war ihr bewusst, dass ihr Tag, wie schrecklich er auch gewesen sein mag, jetzt vollbracht war und sie sich endlich mit Dingen beschäftigen konnte, die ihr Freude bereiteten. Eigentlich sollte ihr auch die Arbeit Freude bringen. Zumindest müsste es idealerweise so sein. 7 Uhr 52 Sie konnte die Schule jetzt sehen. Sie sah sogar ganz schön aus. Das Gebäude war alt, es sah aus wie ein Gebäude, das Banu und Kindergarten angesehen und es als sehr wichtig bewunden hätte. Es sah so aus, als würden ernste Menschen Tag ein, Tag aus dort Arbeit verrichten, die Bedeutung hatte. Wenn sie an ihren Arbeitsalltag dachte, verbannt sie diesen immer mit Frau Peters. Sie unterrichtete zwar Biologie, ein Fach, das Banu nur mit Langeweile assoziieren konnte, aber trotzdem musste sie jedes Mal lächeln, wenn sie Frau Peters im Lehrerzimmer an ihrem Tisch sah. Vor allem liebte sie es, ihr beim Malen zuzusehen. Sie war immer ganz konzentriert auf das, was sie gerade bemalte und hatte beinahe etwas Kindliches. Banu fand es so faszinierend, wie sie es niedlich fand. Banu betrat das Lehrerzimmer und stellte sich sofort an den Kopierer. Sie änderte das Namensschild, das sie für jeden Kollegen gebastelt hatte, von Peters auf Behlmann und ging an ihren Platz, um ihre Unterlagen abzuholen, die für den Unterricht kopiert werden mussten. Jeden Tag gab es eine bestimmte Reihenfolge, die jeder im Lehrkörper beachten musste, damit es zu keinem Stau am Kopierer kam. Sie hatten seit letztem Jahr nur noch einen zur Verfügung und nachdem Banu bemerkte, wie viele Lehrer den Unterricht für Kopien verlassen mussten, weil sie vorher keine Zeit hatten, erstellte sie einen Plan und hing ihn an die Wand vor dem Kopierer. Seitdem gab es keinen Lehrer mehr, der wertvolle Unterrichtszeit verschwendete. Sie nahm die Kopien aus dem Fach heraus und setzte sich an ihren Platz. Sie hatte noch ein paar Minuten vor Unterrichtsbeginn und sah sich ein wenig im Lehrerzimmer um. Frau Peters war heute nicht da. Sie hatte montags immer frei. Ihr Arbeitsplatz sah aus wie immer. Überall lagen die Abfälle ihrer zuvor angespitzten Buntstifte und Bleistifte herum, weil sie gerne malte. Ihre Mappen lagen verteilt auf ihrem Schreibtisch und wenn man sie etwas fragte, dauerte es manchmal ein wenig, bis sie den passenden Ordner gefunden hatte. Trotzdem hatte sie ihre Organisation vollkommen im Griff. Jeder, der eine Frage hatte, ging sofort zu Frau Peters. Sie wusste anscheinend nicht genau, wie sie die Organisation ihres Verstandes im Alltag anwenden sollte und Banu fragte sich oft, wie es wohl in ihrem Kopf aussah. 8 Uhr. Die Schulklinge riss sie aus ihren Gedanken. Sie seufzte einmal und begab sich auf den Weg ins Klassenzimmer. Raum 111 Klasse 9b Banu stand vor dem Raum und atmete einmal tief ein und aus. Sie wiederholte die Atmung dreimal, so wie sie es jeden Tag machte. Ein und aus, ein und aus, ein und aus. Sagte sie vor sich hin und sah auf ihre Armbanduhr. Es war jetzt 8 Uhr 2. Sie betrat den Raum immer um genau 8 Uhr 2, damit die Schüler etwas warteten und sie nicht auf die Idee kam, dass Banu nichts im Lehrerzimmer zu tun hätte. Als sie den Raum betrat, gingen alle auf ihre Plätze. Sie achtete immer darauf, so professionell wie möglich zu sein, war. Manchmal konnte sie sich aber ein kleines Lächeln während der Lektüre einer Klassenarbeit nicht verkneifen oder wenn einer ihrer Schüler sich wegen einer guten Note freute. Die Momente der Freude im Klassenzimmer waren schon immer ihre Liebsten gewesen. Es gab auch Tage, da hatte sie das Gefühl, sie strahlte die Klasse an, was immer dann geschah, wenn sie bemerkte, wie gut ihre Schüler den Stoff aufnahm. An anderen Tagen war es die bloße Dummheit einer Antwort, die sie nie ohne ein herzliches Lachen stehen lassen konnte. Sie wusste eigentlich überhaupt nicht, wie sie auf ihre Schüler wirkte. Sie hoffte nur, dass das Bild von Frau Behlmann ein positives war. Dieses Halbjahr musste sich Banu eine Lektüre für die Klasse aussuchen. Sie musste zugeben, dass sich die Suche nach dem perfekten Buch für Schüler der 9. Klasse als eine Herausforderung erwiesen hatte, mit der sie nicht gerechnet hätte. Sie wollte etwas Interessantes heraussuchen, musste sich aber auch an die Vorgaben im Lehrplan halten. Sie hatte sich für Anne Franks Tagebuch und Ausschnitte aus Jeder stirbt für sich allein entschieden. Beides waren Klassiker, denen ihre Schüler wahrscheinlich schon einmal über den Weg gelaufen waren. Vielleicht haben einige höchst wahrscheinlich besser gefallen. Deswegen hatte sie jenes auch als Hauptlektüre ausgesucht. Sie sah sich in der Klasse um. Nur Leana sah sie aufmerksam an. Der Rest der Klasse fing bereits an zu tuscheln. Banu stellte sich an ihr Pult und wartete, bis sie die ganze Aufmerksamkeit des Raumes auf sich gezogen hatte. Sie nahm die Bücher von ihrem Tisch und hielt sie nach oben. Dies sind die Bücher, mit denen wir uns dieses Halbjahr beschäftigen. Anne Franks Tagebuch und Jeder stirbt für sich allein. Anne Frank werden wir komplett behandeln und nur Ausschnitte aus Jeder stirbt für sich allein, die ich euch mitbringe und die wir ausschließlich im Unterricht bearbeiten werden. Für diejenigen, die das Buch trotzdem einmal komplett lesen möchten, schreibe ich die ISBN Nummer an die Tafel. Buh, rief jemand von hinten. Es war Tim, ein Störenfried. Er machte immer wieder unangebrachte Bemerkungen im Unterricht, vor allem, wenn es um Lektüreaufgaben ging. Keiner liest mehr Bücher, die sind doch schon längst ausgestorben. Louis, der stand immer hinter Tim. Egal, was Tim auch anstellte, Louis war nie weit entfernt. Er war nie derjenige, der für Aufruhe durch schlechtes Benehmen sorgte. Er war sogar ein sehr guter Schüler und las in jeder Pause, wenn er mal wieder alleine saß. Tim schien sich nicht unbedingt für ihn zu interessieren. Trotzdem war Louis immer da, wenn Tim Unterstützung im Zerstören von Banos Unterricht brauchte. Immer. Zu Beginn ihrer Anstellung an dieser Schule hatte sie sich von Tim verwirren lassen. Und da halfen auch ihre bösen Blicke, ihre tadelnden Worte und sogar Drohungen, die Eltern zu rufen, meist nichts. Aber Banu ließ sich nicht mehr ihren Mut durch dumme Kommentare nehmen. Sie stellte sich noch aufrechter hin. Für Anne Franks Tagebuch bringt ihr morgen bitte sieben Euro mit. Dann bekommt ihr ein Exemplar und könnt anfangen zu lesen. Besprechen werden wir es in drei Wochen. Bis dahin lesen wir die Ausschnitte, die ich euch mitbringe. Heute leisten wir ein wenig Vorarbeit für unsere Lektüre. Also sammeln wir an der Tafel unser gemeinsames Wissen über den Zweiten Weltkrieg. Banu ging vom Raum 111 zurück ins Lehrerzimmer. Sie musste ihre Sachen zusammenpacken, dann konnte sie nach Hause. Auf ihrem Rückweg spazierte sie noch ein wenig im Park und versuchte sich ein wenig zu entspannen. Sie freute sich auf ihr Zuhause. Aber der gemütliche Gang durch den Park war einer der wenigen Momente in ihrem Alltag, an dem sie allein mit ihren Gedanken war. Sie setzte sich an ihren Schreibtisch und nahm eine Karte aus ihrer Cover. Banu hatte in der Eile vergessen eine passende Karte zu kaufen und hatte nur noch diese im Supermarkt gefunden. Nur gut, dass Frau Peters einen Sinn für Humor hatte. Sie packte all ihre Sachen zusammen und verließ die Schule. Auf den Treppen vor dem Eingang blieb sie jeden Tag einmal kurz stehen und streckte sich. Dann lief sie durch den Park wieder zurück nach Hause. Sie sollte nicht ahnen, dass der Park nicht nur ein Ort für die Auslehrung ihres Gedanken Papierkorbs war, sondern dass sich ihr Leben von Grund auf verändern sollte. Und beginnen sollte alles genau in diesem Park. Donnerstagmorgen sah aus wie jeder. Montagmorgen, Mittwochmorgen, Dienstagmorgen und Freitagmorgen. Nie änderte sich etwas an Banus Tagesablauf. Um 7 Uhr musste sie ihre Träumerei gegen die Realität eintauschen. Um Viertel nach 7 Uhr war es in der Zeit, ihren Durst am Morgen zu löschen. Die nächste Viertelstunde wurde damit verbracht, jünger auszusehen, als man war, gefolgt von einem Frühstück, das sie nur ungern so früh am Morgen zu sich nahm. Nachdem sie dann zehn Minuten durch den Park gelaufen war und die Gedanken in ihrem Kopf in einem Papierchaos endeten, kam Banu meist benebelt oder verwirrt in der Schule an. Wenn sie sich so fühlte, stellte sie sich meistens sofort an den Kopierer und versuchte sich auf den Tag, der vor ihr lag, zu konzentrieren. Dies war vor allem auch dann die Zeit, in der sie extrem auf ihre Körpersprache achtete. Sie wollte auf keinen Fall suggerieren, dass sie unsicher war. Heute war das allerdings nicht nötig. Donnerstag stellte nämlich eine Erleichterung für Banu dar. Frau Peters, eine Kollegin, die ihr sehr ans Herz gewachsen war, kam strahlend auf sie zu, als sie das Lehrerzimmer betrat. Sie fasste sich ans Herz und fing an, laut zu lachen. Dann wischte sie sich eine Träne vom Argo und Banu konnte nicht umhin, außer mitzulachen. Happy Birthday! Mann, Frau Bähmann, Sie sind mir eine. Banu fasste sich genauso ans Herz, warf ihren Kopf nach hinten und lachte lauthals mit. Die zwei Frauen fassten sich an die Hände und lachten weiter. Normalerweise mochte Banu es nicht. Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, aber Frau Peters gute Laune riss sie jedes Mal mit. Sie lachte noch immer, als sie sich an den Kopierer stellte und musste auch noch immer lächeln, als sie bereits vor dem Klassenzimmer stand. Als Banu vor neun Jahren das erste Mal das Schulgebäude betrat, war sie ganz schön nervös. Neue Schule, neue Stadt, neue Leute. Zu der Zeit kannte sie noch nicht einmal André. Sie war zwar aufgeregt gewesen, aber sie hatte sich auch auf dieses neue Leben gefreut. Die Schulbehörde hatte veranlasst, dass sie zum Halbjahr ihre alte Schule verlassen solle, um an einer unterbesetzten Schule anzufangen. Als Beamtin hatte Banu nicht viel Einfluss auf die Entscheidung, wurde aber auch ausgewählt, weil sie nichts an ihrer alten Anstellung hielt. Würde die Schulbehörde jetzt einen erneuten Wechsel in Betracht ziehen, würde ihre Entscheidung womöglich anders ausfallen. An ihrem alten Gymnasium fehlte ihr manchmal die Struktur und die Ordnung. Als sie in die neue Schule kam, versprach sie sich ab sofort, Dinge selber in die Hand zu nehmen, wenn es nötig war. Sie mochte es meistens nicht, ihre Stimme in einer großen Gruppe von Menschen anzuheben. In solchen Situationen wäre es ihr manchmal sogar lieber unsichtbar zu sein. Als sie dann Frau Peters das erste Mal sah, fielen ihr zuerst ihre Haare auf. Merkwürdigerweise war das immer das Erste, was ihr bei anderen Menschen auffiel. Erst die Haare, dann die Augen, dann die Fingernägel. In dieser Reihenfolge. Und Frau Peters hatte wirklich außergewöhnlich langes und seidiges Haar. Es war grau und wenn es Banu mal wagte, an ihrem Arbeitsplatz Tagtrommereien hinzugeben, dann stellte sie sich Frau Peters als pensionierte Rapunzel vor. Als sie schließlich das Klassenzimmer betrat, beachtete sie zunächst niemand. Die Aufmerksamkeit der Klasse galt Tim. Er erzählte anscheinend gerade eine furchtbar spannende und lustige Geschichte, denn alle bildeten einen Kreis um ihn und hörten ihm gebannt zu, lachten und amüsierten sich. Banu beobachtete, wie Louis ihn nur ansah und leise mitlachte, sich aber nicht von seinem Platz wegbewegte. Er wagte es noch nicht einmal in die Richtung der Gruppe zu sehen, sondern hielt seinen Blick fest auf die Tafel gerichtet. Leanna, eine sehr gute Schülerin Banus, war die Einzige, die bemerkt hatte, dass Banu gerade das Klassenzimmer betreten hatte. Ihre Stifte lagen sortiert auf der rechten Seite ihres Tisches, ihr Notizheft aufgeschlagen vor ihr. Sie sah Banu an, schien Tim, Abba und ihre Klassenkameraden gar nicht zu beachten. Sie saß an ihrem Platz mit starrem Blick nur auf Banu gerichtet. Banu erlaubte sich, ihr ein kleines Lächeln zuzuwerfen und holte ihre Wasserflasche heraus, um sich eine kurze Pause vor der Arbeit zu genehmigen. Sie nahm einen Schluck und schlug dann in ihre Hände. Frau Billmann hat das Klassenzimmer betreten, alle auf ihre Plätze bitte, rief sie durch den Raum. Sie beobachtete, wie sich die Gruppe enttäuscht auflöste. Alle setzten sich mit langen Gesichtern auf ihren Platz. Einige von ihnen trugen noch das vergangene Gelächter im Gesicht. Dies war einer der Momente, in denen sich Banu nicht auch ein Lächeln verkneifen konnte. So, ich hoffe, ihr habt alle die sieben Euro dabei, sagte Banu, während sie die Bücher auf den Tisch legte. Stellt euch einmal in der einer Reihe auf, dann erledigen wir das schnell. Leanna war die erste in der Schlange. Sie hatte das Geld in einen Briefumschlag gelegt und ihren Namen draufgenotiert. Banu setzte einen Haken auf der Liste hinter ihrem Namen, die sie erstellt hatte und gab ihr ein Exemplar des Buches. Leanna strahlte Banu an und fing in der Sekunde, in der sie das Buch in den Händen hielt, an, es zu lesen. Sie schien niemanden mehr zu beachten, außer Anne Frank, die ihr jetzt von ihrer tragischen Geschichte erzählte. Beim Gehen rempelte sie Louis an, der als Zweiter in der Schlange stand. Der rollte mit den Augen und legte Banuers Geld auf den Tisch. Dann griff er sich eines der Exemplare. Er checkte zunächst die letzte Seite des Buches, sah sie sich einmal kurz an und klappte es dann direkt wieder zu. Anscheinend interessierte ihn nur, wie lang das Buch war. Auch die anderen Schüler der Klasse gaben ihr Geld. Einige hatten bereits Kopien des Buches und fragten Banu, ob es in Ordnung war, diese zu benutzen. Andere hatten vergessen, das Geld mitzunehmen und würden es ihr am Montag geben. Der letzte in der Schlange war Tim. Seine feuerroten Haare waren Banu sofort das erste Mal aufgefallen, als sie ihn sah. Er kratzte sich am Kopf und flüsterte so leise, dass Banu sich bücken musste, um ihn verstehen zu können. Die Klasse fing bereits an, unruhig zu werden. Sie nickte nur und reichte Tim eines der Bücher, ohne Geld von ihm angenommen zu haben. Als sich Tim auf seinen Platz setzte, waren seine Wangen so weit errötet, dass sie zur Farbe seiner Haare passten. An Tagen wie diesen, Tagen, an denen sich Banu aus irgendeinem Grund gestresster und angeschwannter fühlte als sonst, lief sie nicht nur meditativ durch den Park, sondern genoss es auch dort eine Weile auf einer Bank über die Dinge, die sie stressten, nachzudenken. Heute war es ein Mix der Gefühle. Sie konnte nicht genau sagen, was es war, dass ihr durch den Kopf ging. Ihre Gedanken waren vollkommen ungeordnet. Das Papierchaos war zurückgekehrt. Und ungleich im realen Leben wusste sie nicht, wie man diese Unordnung wieder in perfekte, präzise Ordnung bringen konnte. Ihr Gehirn war ein unendlicher Aktenschrank. Jede Akte war beschriftet mit einem kurzen Titel, der ihr sagte, was sich in der Akte befand. Kindheitserinnerung, Urlaubserinnerung, fiktive Erinnerung. Jede Akte bekam einen Titel, einige waren dicker, die anderen dünner. Manchmal gab es Seiten in den Akten, die Banu nur noch beschwerlich entziffern konnte. Einige Seiten waren mit einem großen roten Kreuz versehen, das sich über die gesamte Seite erstreckte. Banu sah sich diese Seiten instinktiv nicht mehr an, obwohl die Schrift kristallklar lesbar war. Sie versuchte, die Aktenkammer in ihrem Kopf zu verlassen und nur den Park und ihre Umgebung zu beachten. Der Park war zwar sehr schön, viel Grün umgab ihn, allerdings sah er ein wenig abgenutzt aus. Für jeden Baum im Park gab es mindestens eine beschmierte Stelle und merkwürdigerweise tauchten immer mehr Graffiti mit jedem Tag auf. Müll lag an den meisten Tagen nicht in den Papierkörben, die man in jeder Ecke finden konnte, sondern auf dem Boden. Und wenn es Nächte gab, an denen der Park von Gangs und Raudis heimgesucht wurde, gab es auch einen Teil des Parks, der bis zur Unkenntlichkeit zerstört wurde. Trotz all der offensichtlichen Mängel konnte Banu nicht böse auf die Menschen sein, die sie verursachten. Sie konnte diese Leute verstehen. Die meisten von ihnen wurden von der Gesellschaft, der Regierung oder ihren Familien im Stich gelassen und brauchten ein Ventil, um ihre Wut auszulassen. Und wenn das Ventil hin und wieder dieser Park war, war das in Ordnung, solange niemand verletzt wurde. Banu sah auf ihre Uhr. 15.30 Uhr. Es war Zeit, nach Hause zu gehen. Als sie sich erhob, bemerkte sie, wie ihr Rock ein wenig Widerstand leistete. Sie fasste sich an den oberen Teil ihres Rocks und bemerkte, dass ein Kaugummi kleben geblieben war. Es war noch feucht und Banu wollte sich gar nicht vorstellen, wie jemand das Kaugummi mit seinem Speichel vollsabberte und es dann irgendwo hinklebte, damit genau das passierte, was ihr gerade widerfahren war. Ich nehme alles zurück. Vielleicht ist es hier doch nicht so schön. Du willst auch bei der nächsten Folge dabei sein? Dann klicke jetzt auf Gefällt mir bei Facebook oder abonniere uns auf YouTube.